Hier bin ich wieder mit dem zweiten Teil von dem Video. Ich laufe jetzt schon zur dritten D-Event D6. Ja, weil ich kann nicht so weit auf einmal laufen, weil ich kann nicht so lang aufnehmen. Ansonsten ist es wieder zu lang und lässt es nicht mehr hochladen. Ich hoffe, man kann es hier auch irgendwie lesen mit D-Event. Jetzt sind wir hier ein bisschen unscharf, aber dass die oben drauf stehen, das kann man sogar lesen. Das ist sogar sehr lederlich. Wenn man hier den Windpark sieht, sie sind einfach gigantisch bastig und bastig groß. Vor einigen Jahren war ich auch schon hier an dem Windpark und war hier mit meinem mit Bekannten und zum Spazieren. Also der Windpark ist schon was Besonderes. Ganz einfach, weil es einfach hier schön ist. Übrigens, wir haben heute den 20. Januar 2021. Der Start auf meiner Kamera stimmt nicht. Ich wollte sie einstellen, aber habe es wieder vergessen. Deswegen muss ich das noch nachholen. Und hier bin ich schon gleich bei der nächsten. Die Wind. Die macht so komische Poltergeräusche. Die poltert hier ganz schön. Die macht Tick-Tack, Tick-Tack, wenn die sich dreht. Die macht hier so Tick-Tack-Geräusche. Und das ist aber ziemlich laut. Ich glaube, hier hat es hier bei einem anderen Moment möglich. Da steht D, D, E und Wind. Ja. Ja. Es ist leider mit hier 7. Ja. Und genau, ja. Ja. Also hier sind schon mal die zwei Roten mit einer Rot-Weiß-Wingel. Die sind hier schon dritten. Ja, die poltert hier ganz schön laut. Ja. Die ist halt ziemlich laut, die Anlage. Die ist halt ziemlich laut, die Anlage. Ja. Die ist einfach hier sehr laut. Ja. Und das ist schon ganz schön gefährlich hier. Ja. Die zwei ist, da steht 6. 0, 0, 8, 6 ist der D-Wind. Ja. Also hier steht direkt davor. Ja. Ist der D-Wind. Die 6. Die unten kommt dann nach den letzten zwei. Und dann halt dann hier von wieder, hier von mal, äh, entfernt. Und der macht es auch ganz schön, ja. Ähm. Mein Akku bei dieser Kamera ist halt schon wieder leer, leider. Muss dann wieder aufladen. Ja. Ähm. Ja. Und ja. Ja. Also ich muss hier, was ich glaube mal hier ist, ist nämlich ziemlich, wenn ich glatt ist hier, bei diesen zwei, ähm, an den letzten Teil, welche ich dann wieder beim Handy aufnehmen müssen. Ja. Ja. Ich hab da ein Mikro dabei, dass man mich versteht. Ja. Und ähm. Wenn ich das unten im Mikro mache, dann verstehe mich das auch noch gut. Ich werde dann ein bisschen versuchen, dass es da zu fressen hier. Und hier ist schon mal die Sonne. Hier ist die eine D-Wind. Die Vestas ist hier. Die ist hier. Und hier ist die zweite D-Wind. Und da hinten ist schon mal die dritte. Und hier kommen die letzten zwei. Und genau. Ja. Ähm. Ja. Ach Gott. Ich verzinke hier sogar schon im Schnee. Und der Schnee hier ziemlich hoch liegt hier. Oha. Ich geh. Alter. Ich geh hier ein ey. Ach scheiße ey. Oha. 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 Und das ist hier einfach ein ziemlich hoch. Der Schnee hier liegt hier. Und das ist das. Und ich werde das dann wieder. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Och. Anyways. Hole. unos. tut废igen und Und das ist wirklich so. Und das wo�de. Vielen Dank.